Puh, das sind intime Fragen, die Sie mir da stellen. Sie müssen sie nicht beantworten, aber ich bitte... Ja, das weiss ich, das weiss ich, aber ich will ja auch nicht auf die Flucht gehen. Ähm, 2G-Regel. Was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist... Also ich meine, wie kann man überzeugen, ne? Man kann nicht überzeugen über das Reden, man kann nur im persönlichen Gespräch vielleicht, im internsten Kreis. Sie wissen, dass die Gegner des Impfens... Also wenn du Argumentationen dann da hörst, es ist sehr, sehr schwierig da, rational zu überzeugen. Es sind viele Beweggründe, die... Die dann oft sehr, sehr schwierig dann nachvollziehbar sind für... Für eine rationale Betrachtungsweise. Aber sie sind da. Demher ist es ein extrem schwieriges Thema. Wir bei uns im Verein haben sehr... Also wir respektieren jede Entscheidung. Aber wir haben einfach probiert, bestmöglich darzustellen, was die eine Entscheidung bedeutet und die andere Entscheidung bedeutet. Für das Impfen und das Gegenimpfen. Und äh... Bei uns im Verein und mit den Spielern und mit dem Funktionsteam. Und es gab durchaus unterschiedliche Meinungen. Aber dieser Solidaritätsgedanke, der... Der... Der durch... Oder der sehr durch Probe gestellt wird in unserer heutigen Gesellschaft. Ähm... Da haben wir schon oft drüber gesprochen, warum. Ähm... Der... Ich finde, das ist ein großes Argument. Und auch das Argument, sich selber zu schützen. Um dann andere nicht zu gefährden. Und deshalb... Muss man immer wieder gebetsmühlenartig, auch im engeren Kreis, glaube ich. Und einfach vernünftig miteinander drüber sprechen. Und ähm... Wir haben jetzt auch einen Fall bei uns. Ähm... In der Mannschaft. Und auch in der Bundesliga. Und fast alle Leute in ihrem weiteren Bekanntenkreis oder Familienkreis. Ähm... Wo halt Covid-19 durchaus... Nachhaltige... Zu nachhaltige Schäden und zu... Ähm... Zu Krankheit und Tod geführt hat. Und ich meine, Leute, wo das dann leugnen, Da wird es schwierig mit der Argumentation. Ich habe, äh... Ich kann Ihnen jetzt noch was sagen. Aus einem Krankenhaus, aus einem grossen Krankenhaus. Vor ein paar Wochen. Ähm... Einfach die... Also... Die sichere Auskunft kriegt, Dass dort, ähm... Viele Leute, oder eine gewisse Zahl von Leuten lagen, An Beatmungsgeräten, die mit dem... Leben und Tod kämpft, um Leben und Tod kämpft haben, oder ums Leben gekämpft haben. Ähm... Also, wenn diese Argumentation dann nicht reicht, Dann wird es schwierig. Aber... Jeder muss es für sich selber entscheiden. Und auch der Gedanke, den anderen zu gefährden, Wenn ich jetzt nicht geimpft wäre, Und ich würde hier rumlaufen. Oder mit meinen Eltern. Oder mit... Und es würde sich jemand anstecken, Und ich hätte die getroffen. Und es würde etwas Nachhaltiges passieren. Dass die Menschen sterben würden, Oder würden schwer erkranken, Oder hatte Post-Covid-Symptome. Ja, wie soll ich damit umgehen? Oder wie sollte ich damit umgehen? Ich bin Gottfroh und bin total dankbar, Dass wir in der Wissenschaft so weit sind, Dass ich mich gegen sowas impfen lassen kann. Es wäre furchtbar, wenn ich es nicht könnte. Und ich bin total dankbar. Viele Jahrhunderte war das alles nicht möglich. Da bist du an der größten Kleinigkeit gestorben. Und jetzt sind wir zufälligerweise gerade da geboren, Wo das möglich ist. Das ist eigentlich ein Geschenk des Himmels. Das ist ein junger Mensch, Joshua Kimmich. Er fühlt sich stark. Er hat ein gutes Immunsystem. Keine Frage. Dann denkst du anders als ich mit 56. Wo ich schon Krankheiten erlebt habe. Und alles Mögliche. Und Tod und alles im engeren Umkreis. Das habe ich ja schon viel mehr erlebt. Dann denkt man anders. Aber sicherlich werden auch Leute mit ihm darüber sprechen. Und wenn es näher rücken sollte, Das hoffe ich sehr für ihn nicht. Aber im engeren Bekanntenkreis passieren dann Dinge, Dann verändert es sich ja auch nochmal. Aber man sollte auf keinen Fall das Stab über ihn brechen. Er hat es ja auch nicht so gemeint. So nach dem Motto, Das interessiert mich alles nicht. Er hat ihn nicht von Unsolidarität gesprochen. Das war überhaupt nicht die Intention. Er hat einfach gesagt, Ich bin jung und bin stark. Und er war ehrlich. Das kam auch noch dazu. Jemand anders wäre er nicht ehrlich gewesen. Also ich schätze ihn total. Aber sicherlich, Wenn er nochmal mit einem Arzt aus einer Klinik reden würde. Oder mit einer Pflegerin. Die könnte ihm natürlich dann nochmal ein paar Sachen erzählen, Wo ihn sicherlich ins Nachdenken bringen würde. Da bin ich überzeugt. Und zum anderen habe ich jetzt gerade indirekte Auskunft gegeben. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber, Dass wir mit unseren Gesprächen in unserem Verein Und mit den Spielern Und auch mit den Schilderungen, Was die Ärzte geschildert haben Und wie wir miteinander gesprochen haben Und diskutiert haben. Wir haben durchaus auch kontrovers darüber diskutiert, Vor Monaten. Nicht jetzt. War es zum Glück so, Dass Die Jungs Zu ganz, 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 große Teile Dort auch schon gesehen haben, Es ist unbedingt notwendig, Aus den Gründen, die ich jetzt gerade geschildert habe, Dass sie sich selber schützen und andere schützen. Zum Glück Konnte man da Miteinander Einen ganz, 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 großen Konsens finde. Und dann ist es natürlich auch so, Das ist ja In anderen Firmen auch so, Es ist ja nicht so, Dass ich alle Leute impfen lasse, Weil es ja frei ist. Das ist ja die Problematik der Freiheit. Aber das ist in allem so, Das ist auch die Problematik der Demokratie. Die Demokratie hat ja auch eine Form von Problematik. Weil es immer, Immer nach Kompromisse suchen muss. Immer. Und dann heißt es, Es geht zu lang. Und dann heißt es, Warum können die jetzt nochmal das einbringen? Dann können die nochmal das einbringen. Schauen Sie bei uns im Stadion, In einem anderen Land, Wo autoritär geführt worden wäre, Er wäre innerhalb von zwei Jahren das Stadion gestanden Und das Thema wäre erledigt gewesen. Wie viele Prozesse mussten durchlaufen werden? Beim Stadion, Wir reden vom Stadion. Wir reden nicht von Menschenrechten Und von sonstigen Sachen. Das ist die Problematik der Freiheit Und der Demokratie. Und wie können wir sie erhalten? Das Individuum So vernunftorientiert Und so solidarisch wie möglich handelt. Deshalb haben wir ja gerade Die Krise der Demokratie. Weil das an ganz vielen Stellen Und an ganz vielen Orten Nicht so gemacht wird Und weil wir immer mehr Autoritäre Systeme kriegen Auch in Europa. Was ein extremes Problem darstellt Und wo einem ja Angst machen muss, Wenn du das siehst. Einschließlich, Wenn ich England sehe, Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Da muss ich die Hände Über den Kopf zusammenschlagen. Was da teilweise passiert. Wenn ich diesen Ministerpräsidenten In England sehe, Da fällt mir nichts mehr ein. Was da mit einer Art und Weise Da Politik geführt wird. Das ist unverantwortlich. Aber wir haben eine Demokratie Und die Menschen sind frei. Und das ist unser höchstes Gut, Was wir hatten. Wir haben in diesem Land In großer Unfreiheit gelebt. Ich nicht mehr zum Glück. Ich bin nachgeboren. Und deshalb werde mir Zu keinem Konsens kommen. In dem Punkt. Und deshalb wird es immer wieder Diskussionen geben. Aber es geht darum, Dass man in der Diskussion bleibt. Und es werden Menschen auch Kommen immer wieder dann, Haben eine Meinung. Und es kommt zu Gespräche Und sie verändern ihre Meinung. Oder sie haben Erlebnisse. Oder sie kriegen erzählt, Was auf einer Intensivstation los ist. Oder im Familienkreis passieren Dinge. Und da können sich Dinge verändern. Und zum Glück leben wir In so einer politischen Ordnung, Dass da noch jeder frei entscheiden darf. Und es sind ja auch sehr viele Geimpft in diesem Land. Haben sich ja auch sehr, sehr viele Impfen lassen. Muss man auch mal sehen. Wir reden nur über die Problematik, Aber sehr viele haben sich auch Impfen lassen. Es gibt andere Länder, Da sind 30% geimpft. 35%, die erleben jetzt gerade Ihr Desaster in Rumänien. Und in anderen Ländern, In England, Sieht man ja, Was in England passiert ist. Ich meine, das ist ja, Ich will jetzt nicht noch weitergehen, Sonst schräg ich mich in Rage. Oder in Amerika. Und in Amerika. Vielen Dank.